Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute will ich euch mein FIFA 18 Bundesliga Starter Squad vorstellen. Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu meinem Team in FUT und ja, dieses Team kostet so um die 20 bis 25k, aber ich denke, die werden wir uns erspielen. Denn, also online wahrscheinlich, vielleicht aber auch erst nur Einzelspieler, aber ich denke, zu Beginn von FIFA 18 werde ich nur Karriere bringen, aber dann werde ich auf jeden Fall schon, während ich Karriere zocke, mit euch, werde ich hinter den Kulissen noch FIFA 18 Ultimate Team zocken, damit ich mir dieses Team gleich am Anfang erbauen kann und dann mit euch gleich in FUT rein starten kann. Also und ja, heute will ich euch das Team einfach mal vorstellen. Ihr seht das Team in der Mitte ungefähr irgendwo des Bildschirms und dann würde ich sagen, gehen wir rein zum Torhüter. Und unser Torhüter ist der transferierte René Adler, der ja jetzt vor kurzem erst vom HSV zum FSV Mainz 05 gewechselt ist. Die spielen natürlich auch in der Bundesliga und deswegen habe ich ihn jetzt genommen. Also der ist so zwischen gut und schlecht, also ist eigentlich ein ganz normaler. Da könntest du eigentlich auch Jan Sommer oder Marvin Hitz nehmen, aber ich denke, dass René Adler ein bisschen billiger sein wird. Und ich achte auf jeden Fall hier bei den Teams auf halt den Preis und nicht auf die Gesamtstärke oder so, weil sonst komme ich nie an das Team ran. Auf jeden Fall sind das eigentlich gute Werte für einen 79er Torwart von Mainz. Also das muss man auch noch sagen, also Mainz und 79er Keeper ist auf jeden Fall eine gute Leistung hier von Mainz. Und dann kommen wir zu den Innenverteidigern. Und das sind meine Innenverteidiger. Ja, in der rechten Innenverteidigerposition befindet sich Jonathan Brooks, glaube ich, heißt der mit vollem Namen. Von VfL Wolfsburg habe ich den einfach nur so genommen, weil manche E-Sportler und so sagen, dass der so OP sein soll. Also so ein Biest wahrscheinlich. Ich bezweifle es, aber ich baue ihn einfach mal ins Team ein. Und wenn er dann nicht so gut ist, wie die Sportler uns sagen, können wir dort ja irgendwie so ein, ja, Jonathan Tau oder so einbauen. Und dann, also er hat auf jeden Fall schon geile Werte, vor allem 74 Tempo ist eigentlich schon in FIFA ein Muss für den Verteidiger. Aber 74 Tempo, 81 Verteidiger, 77 Kopfball steht jetzt hier. Aber eigentlich sollte der physisch Wert beibehalten werden. Also 77 Füße ist auf jeden Fall auch nicht schlecht für einen Innenverteidiger. Die anderen Werte sind jetzt nicht so die besten. Aber ich denke, der wird sich schon gut spielen lassen. Und dann haben wir auf der Linken in Verteidigerposition noch Niklas Süle, der Neuzugang vom FC Bayern München. Ich denke, 10 Millionen waren es, glaube ich, oder 5 Millionen haben die Münchner für ihn auf den Tisch gelegt. Und gleich im ersten Saisonspiel macht er gegen Leverkusen einfach mal das 1 zu 0, glaube ich. Also haben sich auf jeden Fall die 5 oder 10 Millionen für ihn, ja, gelohnt. Und 83er Gesamtstärke ist auf jeden Fall nicht schlecht für ihn. Aber, naja, die Werte, da kann man schon sagen, der ist viel zu langsam für einen Innenverteidiger. Auch wenn Jonathan Brooks jetzt auch nicht der Schnellste ist. Aber 74 und 65 Tempo, ja, ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, denke ich. Also den wird man auf jeden Fall merken. Und, ja, eigentlich sind das normale Innenverteidigerwerte. Also bis auf Tempo passen ist ja eigentlich alles ganz normal. Dribbling vielleicht noch so 60 hätte ich empfohlen als Innenverteidiger. Aber dann gehen wir jetzt auch schon weiter zu den Außenverteidigern. Außenverteidiger, das sind die Außenverteidiger hier in meinem, ja, Starterteam in FIFA 18. Bundesliga muss man auch dazu sagen. Also hier wird nicht irgendwie oben, also vorne Liga BVV A, dann in der Mitte Liga A und hinten Bundesliga. Und irgendwo noch Premier League verteilt. Nein, es wird ein Full-Bulli-Squad. Und ja, dann gehen wir mal zu den Spielern hin. Und zwar habe ich auf der linken Verteidigerposition Willems ist ja jetzt gewwechselt. Ich weiß nicht mehr von wem. Anderlecht? Nee. Äh, Eindhoven. Genau, Eindhoven war es, glaube ich. Zu Eintracht Frankfurt. Frankfurt. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, er hat gute Werte für den Außenverteidiger. Vielleicht noch ein bisschen mehr Pace wäre schon drin gewesen. So, aber Alaba wäre eigentlich die beste Position Auswahl hier für den linken Verteidiger. Aber Willems, der wird nicht so teuer sein. Genauso wie Piszczek. Lukas Piszczek. Geiler Vorname auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall coole Werte. Wird aber nicht so teuer sein. Ich schätze mal so höchstens 1000 Coins. Aber er hat gute Werte. Muss man schon sagen. Eigentlich alles über 70 bis auf den Schusswert. Aber ich denke, ich werde mit den Außenverteidigern jetzt nicht schießen. Und dann gehen wir weiter zum rechten Mittelfeldspieler. Und das ist der Neuzugang des FC Bayern München. Die haben ja zwei. Der zweite kommt auch noch dazu. Eigentlich sogar drei mit James Rodriguez. Aber der wäre zu teuer. Auf jeden Fall fangen wir jetzt an mit Tolisso. Corenta Tolisso ist ja für, ich denke, 45 Millionen, glaube ich, gewechselt. Zum FC Bayern München. Und ja, ist ja am Franzosen, wie ihr es schon sehen könnt. Alle Werte mindestens 74. Aber ich denke, dass das die Karte sein wird, die auf jeden Fall sehr auffällig sein wird. Denn ich denke sogar, dass der sehr OP wird. Und dann gehen wir weiter zum linken Mittelfeldspieler. Und zwar eigentlich der zentrale Mittelfeldspieler. Und das ist Sebastian Rudi. Ist ja ablösefrei zum FC Bayern gekommen. Aber ich denke, irgendwie, wieso TSG Hoffenheim? Wieso gebt ihr diesen Mann einfach so für 0 Euro zum FC Bayern München ab? Erstens, Bayern ist ein Liga-Konkurrent. Und zweitens, was der jetzt beim FC Bayern gezeigt hat, ist einfach nur Weltklasse, wie der dort spielt. Aber naja, sie konnten einfach anscheinend den Vertrag nicht verlängern oder so wahrscheinlich. Aber jetzt ist er bei dem FC Bayern München. Und dort ist er auch in Top-Form in letzter Zeit. Also besser als hier in Hoffenheim. Und dann gehen wir weiter zum linken Mittelfeldspieler. Und das ist ja einer der besten Mittelfeldspieler wahrscheinlich in ein paar Jahren bei Deutschland in der Nationalmannschaft. Im Mittelfeld muss man noch dazu sagen. Und zwar Leon Goretzka ist mein linker Mittelfeldspieler. 82er Gesamtwertung, ich verstehe nicht. Eigentlich ist es zu hoch, aber eigentlich auch zu wenig, was er im Konfekt-Cup gezeigt hat. Also ich hätte ihm jetzt, ohne den Konfekt-Cup, hätte ich ihm eine 81 oder 80er gegeben. Aber mit dem Konfekt-Cup, muss man schon sagen, da war er richtig gut. Einer der besten Spieler von Deutschland dort. Und deswegen hätte ich ihn schon eine 83 oder 84er gegeben. Aber eine 84er wäre schon ein bisschen zu hoch. Aber, naja. Leon Goretzka hat auf jeden Fall auch geile Werte, mindestens 73er in Schuss. Aber sonst die anderen Werte, vor allem 84er Pace ist auch geil. Die anderen Werte sind auf jeden Fall übelst geil. Und dann gehen wir weiter zu dem Flügelstürmern oder auch Flügelflitzer in dem Fall. Und zwar habe ich dort einmal auf der linken Seite den Neuzugang von Red Bull Leipzig. Ja, Red Bull Leipzig mag jetzt nicht jeder so, aber es ist ein geiler Spieler. Also da kann man nichts anderes sagen. Bruma, ich weiß gerade den Vornamen nicht. Aber diese Karte, sie sieht einfach so geil aus. 93 Pace, 71 Schuss, 73 Pass, 85 Dribbling, 34 Verteidigung ist jetzt aber nicht so wichtig. Und dann noch 65 Füßes und ja, 81er Gesamtwertung ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich glaube, der ist sogar noch erst 20 oder 21, glaube ich. Und dann noch rechts der, ja, rechte Ersatz eigentlich schon für Arjen Robben, falls er mal verletzt sein sollte. Auch wenn sie dort dann auch noch Thomas Müller hätten. Aber dort spielt in meinem 10. Team Kingsley Commodore. Der war ja zuerst im FIFA 17, glaube ich, linker Flügel. Und jetzt ist er endlich, muss man schon sagen, rechter Flügel, weil links konntest du eigentlich fast ihn nie verlinken, weil vor allem in der 4-3-3-Vorwaltung konntest du ihn nie verlinken. Vor allem fehlt dir dort meistens der Link zum linken Verteidiger, weil Alaba ist zu teuer und dann Bernhard, der ist nicht so gut. Und deswegen haben wir wahrscheinlich jetzt EA ihn auch auf den rechten Flügel gepackt. Er ist auf jeden Fall gut und er passt auch perfekt ins Team hinein. Ihr seht ihr schon. Der Link zu Rudi und Tolisso Perfekt. Eigentlich sogar zu Tolisso Perfekt Perfekt. Perfekt. Und ja, und dann kommen wir zum Stürmer und das ist einer, den ihr wahrscheinlich nicht so mögt und das ist Timo Werner. Ja, Timo Werner habe ich mich entschieden für ihn, da er dann wahrscheinlich Bruma auf Full Cam bringt. Und ja, ich glaube da gab es eigentlich fast keine gute Auswahl bei RB Leipzig und den portugiesischen Stürmer aus der Bundesliga gibt es glaube ich auch nicht. Wenn schon, dann habe ich was verpasst, aber er krönt hier nochmal alles im Team und ja, ihr werdet ihn zwar nicht mögen, aber schaut euch mal diese Werte an. Ich weiß auch, warum ihr ihn nicht mögt. Einmal, weil er bei RB Leipzig spielt und einmal und zweitens wegen seiner Schwalbe gegen Schalke damals. Aber ihm gehört die Zukunft, Freunde, deswegen hört einfach auf mit dem Shitstorm und unterstützt ihn einfach. Vielleicht wird er ja ein entscheidender Mann in der WM sein, aber die Werte sind einfach krank. Vor allem Tempo 91, 82er Gesamtwertung, 80 Dribbling, 79 Schuss, 28 Verteidigung, 65 Passen und 65 Physis. Ja, das ist mein Team, mit dem ich ein FIFA 18 Ultimate Team starten werde. Ist ein Voll-Bulli-Squad, aber ich denke, so wird eigentlich fast jeder in ein neues FIFA starten. Vor allem die Deutschen, die Amerikaner werden wahrscheinlich irgendwie schon so mit einem Liga-BBVA oben, also vorne. Und dann, ja, ihr wisst es schon, NRW heißt es glaube ich. Ich kenne mich jetzt in Food nicht so aus, aber ich habe schon überlegt ein Premier League Team zu bauen, aber die sind einfach am Anfang immer so teuer. Aber dann hättest du hier einfach auch Renato Sanchez reinbauen können. Wäre er hier nicht ausgeliehen worden nach Swansea. Den hätte ich nämlich dann wahrscheinlich für Rudy reingepackt. Weil ich denke schon, dass der eigentlich cool ist zu spielen, aber, ja, schießen, wenn der einfach mal nach vorne läuft, vor allem ist es auch noch zentral. Ich könnte ihn jetzt auch für Zulisse wechseln, aber dann wäre der Perfekt-Link zu Goretzka auch wieder weg. Also, ich weiß auch nicht, wie ich das Team jetzt fertig bauen soll. Ihr könnt gerne noch Verbesserungen in die Kommentare schreiben, lasst ein Like da unten, ein Abo, um mich zu unterstützen. Hier sind noch ein paar Videos verlinkt. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!